Hey, 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 schon wieder eine Reaction von mir, schon wieder zu Simplicissimus, aber dieses Mal geht es nicht um Hacking, sondern um Brain Hacking. Geil! Wir wollen plötzlich alle Chips in unserem Kopf haben, beziehungsweise Elon Musk will uns plötzlich allen Chips in den Kopf packen und wir wollen uns mal kurz angucken, was Simplicissimus dazu zu sagen hat. Kleiner Funfact hier am Rande, ich wollte dazu auch schon ein Video machen, allerdings hat es das Video zur DNA in Speichereinheiten irgendwie vorher geschafft, deswegen, das Video wollte ich eigentlich als nächstes machen, so, aber Simplicissimus hat natürlich mir meine Arbeit abgenommen und es ist viel geiler gemacht, als es irgendwie geht, also ich meine, die haben mit kurz gesagt eine Koop gemacht, das ist schon geil und Simplicissimus an sich ist auch schon geil, deswegen reakte ich ja auch da drauf. So, wir wollen uns angucken, was Simplicissimus dazu zu sagen hat und ich werde natürlich mit IT-Fachwissen so ein bisschen ergänzen. Ihr wisst vielleicht, dass auf meinem Hauptkanal aktuell eine Tutorial-Reihe zu digitaler Signalverarbeitung läuft und ich da auch so ein EEG-Headset auf hatte, was wir dann quasi so ein bisschen auslesen. Die Serie ist noch nicht abgeschlossen, da gibt es noch mehr, aber im Endeffekt basiert jegliche Technologie, die irgendwie eure Gedanken lesen möchte auf solchen elektronischen Signalverarbeitungsdingen und ja, das ist natürlich super wichtig. Das heißt, wenn ihr mehr wissen wollt, wie das Thema eigentlich funktioniert, schaut bei mir auf dem Hauptkanal vorbei, verlinke ich euch auch in der Beschreibung und ja, lasst uns anfangen. Achso, und nicht vergessen, lasst Simplicissimus bitte ein Abo da, die machen saugeile Videos und dann könnt ihr die Videos von denen quasi gestern oder wann auch immer das Video heute hier rauskommt, könnt ihr von denen zuerst das Video gucken und dann bei mir wieder reingucken. Ist eigentlich ziemlich geil für alle. Elon Musk arbeitet mit Hochdruck an einem Chip, der ins menschliche Gehirn implantiert werden kann. Das Projekt heißt Neuralink. Der Chip soll es uns ermöglichen, Computer und Maschinen mit unserem Gehirn zu steuern. Ultimativ soll der Chip unser Gehirn sogar stimulieren und damit unsere Wahrnehmung beeinflussen können. Krankheiten wie Parkinson, Epilepsie und Alzheimer könnten so in Zukunft eventuell behandelt werden. Querschnittsgelähmte könnten Prothesen nur mit ihren Gedanken steuern und vielleicht sogar wieder fühlen. Doch was... Und Fun Fact dazu schon, wir haben ja auf meinem Hauptkanal jetzt in der Serie auch schon gesehen, dass das teilweise sogar schon funktioniert. Also die haben wirklich schon teilweise Chips im Gehirn. Und das wird vor allem, also ich nehme als Beispiel eigentlich ganz gerne das Cochlea-Implantat. Das Cochlea-Implantat ist ein Implantat, jetzt muss ich das Headset wieder abnehmen, was ihr hier hinten am Kopf quasi reingebohrt bekommt, okay. Und euer Hörnerv wird dann quasi übergangen einfach. Also das Implantat setzt direkt am Hörnerv an, aber das alles, was im Ohr drin ist, also was außerhalb ist, das kann man einfach umgehen und quasi überspringen. Ähm, das heißt, Leute, die quasi kaputte Ohren haben in dem Sinne, aber einen intakten Hörnerv können einfach wieder hören lernen. So, das ist mega geil, ähm, und eigentlich mega fortschrittlich. Und es gibt auch schon Leute, die, also es gibt natürlich sehr viele Patienten, die zum Beispiel locked in sind. Ähm, das heißt, diese Leute können dann zum Beispiel so einen Chip im Gehirn haben und anhand der Gehirnaktivität können die quasi die Muskeln einfach überspringen. Also nehmen wir an, mein Arm wäre hier weg, ja, der Arm ist da ab, ähm, aber meine Nervenbahnen sind ja trotzdem noch sozusagen intakt. Dann kann ich quasi die Prothese einfach direkt ansteuern, ähm, über diesen Chip und kann alles dann quasi bis dahin überspringen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch meine Nerven, wenn die Nerven zum Beispiel kaputt sind, überspringen. Also wenn, sagen wir mal, mein Rückenmark kaputt ist, aber zum Beispiel mein Arm ab hier runter zu, es noch wunderbar funktioniert, dann kann ich quasi mein Implantat nehmen und kann sozusagen diese Nervenbahnen hier bisher her überspringen und hier wird dann auch noch was implantiert, ähm, was dann quasi meine Nerven in meinem Arm wieder stimuliert und dann kann ich hier meine Finger bewegen, indem ich einfach mein Implantat triggere und das Implantat triggert dann hier drin die Nervenbahnen und die funktionieren dann quasi ganz normal wie ein Arm. Das ist absolut faszinierend meiner Meinung nach, ähm, und auch eine wirklich zukunftsträchtige, Technologie, aber man muss da einiges beachten, okay? Es ist nicht so einfach, ähm, dass wir wirklich einfach nur hergehen können und wir können uns mit allem vernetzen, so, das ist super gefährlich. So, jetzt kann ich das Ding aufziehen, ähm, Cochlea-Implantat und so, das ist da, wo das Headset liegt im Endeffekt. Die armen Leute können übrigens auch keine Headsets sagen, die müssen immer Lautsprecher benutzen, stellt euch das mal vor, wäre furchtbar, oder? Okay, äh, ja, lasst uns weiter gucken. Was, wenn diese Technologie irgendwann so weit ist, dass man jedes Gehirn komplett lesen und beeinflussen kann? Musk träumt von ganz neuen, wortlosen Kommunikationswegen, von Menschen, die Sprachen aus dem Internet herunterladen und direkt benutzen. Man könnte vielleicht... Okay, oh, sorry, bei dem Video werde ich sehr häufig unterbrechen müssen, es wird ein sehr langes Video heute werden, auch wenn das Video von Simplizismus nur 10 Minuten geht, weil es einfach so ein komplexes Thema ist. Ähm, vielleicht ist gut, dass die das Video gemacht haben, ich würde mich da nicht so kurz fassen können. Der Punkt ist, wenn ich mir, also, wenn ich etwas in mein Gehirn laden kann, ja, also aktuell ist es meistens so, ähm, dass quasi Daten aus dem Gehirn ausgelesen werden, Träume funktionieren teilweise schon so ein bisschen, aber eben vor allem Nerven, ähm, Nervenenden, die motorisch sind, also sowas eben wie zum Beispiel, hey, ich bewege meine Finger, das wird ausgelesen. Auf der anderen Seite, was reinzubekommen ins Gehirn, wie zum Beispiel eine neue Sprache aus dem Internet, das ist natürlich eine völlig andere Geschichte, ja, die Daten müssen ja dann irgendwie fürs Gehirn so verarbeitet werden, natürlich, jedes Gehirn ist super, super anders als jedes andere, also zum Beispiel, ähm, bei manchen Menschen ist ja Brokers Area zum Beispiel komplett zerstört, äh, Hodor zum Beispiel ist ein super Beispiel, der kann keine Sprache produzieren außer Hodor, ähm, aber da verlegt sich dann teilweise das Gehirn, also dass da quasi was anderes in, oder dass manche Areale sich einfach auf einen anderen Part im Gehirn quasi einfach umlegen, also dass die plötzlich woanders im Gehirn sind, so beim einen kann der eine Teil hier liegen und der andere Teil hier, und bei dem anderen liegt dann halt der Teil hier und der Teil hier, das ist mega unterschiedlich, ähm, aber was reinzuladen, das ist der eigentliche Punkt, den ich meine, ist super gefährlich, weil ich natürlich dann auch andere Daten reinbekomme, das heißt, wenn mir irgendjemand sagt, dass, hey, äh, irgendein Schimpfwort bedeutet oder sowas, dann weiß, dann denkt mein Gehirn das halt wirklich, und, äh, was halt noch viel schlimmer wäre, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand könnte unsere Erinnerungen manipulieren, ähm, aber da kommen wir nachher noch drauf, weil das ist ja auch im Endeffekt alles unser Gehirn, ich glaub, da wird Simplicissimus nachher noch drauf zu sprechen kommen, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. ...sogar vollständig in virtuelle Realitäten eintauchen, rumfliegen, fühlen, schmecken, riechen, alles, während man zu Hause auf dem Sofa sitzt. All das wirkt wahnsinnig weit weg, aber Menschen können heute schon Roboterarme, Drohnen und Mauscursor mit ihren Gedanken steuern. Wie funktioniert das alles? Was ist heute schon machbar? Was erst in ein paar hundert Jahren? Und was vielleicht nie? Die Chips, die Elon Musk für sein Neuralink-Projekt nutzen will, sind wichtige Bestandteile von sogenannten Brain-Machine-Interfaces, kurz BMIs. Ein BMI stellt im Prinzip eine Verbindung zwischen einem menschlichen Gehirn und einem Computer her. Aktuell werden diese BMIs hauptsächlich für medizinische Zwecke erforscht. Hier geht es vor allem darum, Menschen ihre Mobilität zurückzugeben und neurologische Krankheiten zu behandeln. In unserem Gehirn sind Milliarden von Nervenzellen, die konstant miteinander kommunizieren. Das sind unzählige hochkomplexe biochemische Prozesse. Diese Prozesse erzeugen bioelektrische Aktivität. Elon Musk und Neuralink haben ein BMI mit ultradünnen Fäden entwickelt. Die Fäden sind... Übrigens, nur gerade wo wir es von diesen Millionen von Nervenzellen haben, das Gehirn funktioniert nicht so, wie neuronale Netze das tun. Also neuronale Netze sind eine mathematische Abstraktion von Gehirn. Aber man weiß eigentlich noch gar nicht, wie das Gehirn wirklich so funktioniert. Es gibt verschiedene Studien, die versuchen, irgendwie das Gehirn rauszufinden oder rauszufinden, wie es funktioniert. Aber man ist noch nicht so weit, dass man es wirklich verstanden hat. Bei uns ist alles ein bisschen zeitbasiert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Video gucke, dann habe ich natürlich noch die Informationen, die gerade eben so reingeflossen sind. Aber wir haben zusätzlich noch Attention, also Aufmerksamkeit quasi. Ich merke zum Beispiel nicht, dass da jetzt ein Teil vom Stativ von meiner Kamera liegt, obwohl ich es eigentlich in meinem Blickfeld drin habe. Während bei einem neuronalen Netz würde dieses kleine Teil hier an der Seite genauso verarbeitet werden erstmal, außer man programmiert es wirklich händisch ein, so ein Attention-Modul. Und deswegen denkt nicht, dass wir verstanden haben, wie das Internet funktioniert, nur weil wir neuronale Netze haben. Die funktionieren eigentlich ganz anders. Es gibt sogenannte Spiking Neural Networks, die noch ein bisschen näher am Internet, sage ich schon, am Gehirn angelehnt sind. Aber auch die funktionieren nicht so wie das Gehirn, weil wir beim Gehirn eigentlich nicht wissen, wie es wirklich funktioniert. Wir wissen, wie einzelne Neuronen funktionieren. Wir können auch einzelne Neuronen messen, aber wir wissen nicht, wie diese Zusammenhänge wirklich alle miteinander funktionieren. Weil bei neuronalen Netzen gibt man halt wirklich, wenn das eine Schicht von einem neuronalen Netz ist, dann gebe ich das quasi an mehrere Schichten einfach durch. Während beim Gehirn habe ich einfach alle auf einmal, die sind einfach alle irgendwie miteinander verknüpft. Und ständig werden irgendwelche neuen Verknüpfungen hergestellt. Das ist super komplex. Und da halt ein Chip dran zu bauen, also es gibt ja diese EEG-Headsets, von denen ich auch schon geredet habe, die ich in meiner Serie zur digitalen Signalverarbeitung quasi genutzt habe. Und diese EEGs, die lesen wirklich, also man meint ja, dass die wirklich spezielle Bereiche lesen, aber die lesen eigentlich nur wirklich so oberflächlich halt ganzes Areal quasi. Und das ist dann halt, ey, da ist vielleicht Sprache gerade aktiv, aber was wir sprechen, das könnte man niemals auslesen mit so einem Ding. Das ist viel zu ungenau, weil wir halt so viele Neuronen haben und da ist auch noch ein Schädel und eine Haut dazwischen. So die elektrische Spannung, die da verloren geht, ist einfach viel zu groß. Aber mit diesem Chip, wenn der wirklich am Gehirn dran ist, dann kann der zumindest probieren, wirklich die einzelnen Neuronen auszulesen. Und wenn wir einzelne Neuronen auslesen können, dann können wir zum Beispiel sagen, okay, hier ist jetzt gerade dieser Teil der Spracherkennung aktiv zum Beispiel. Oder hier ist gerade dieser Teil der Aufmerksamkeit aktiv. Wenn ihr da hinten zum Beispiel ein EEG anlegt, also wirklich so einfach nur eine Elektrode, die misst, wie stark eure Spannung auf der Haut gerade ist. Also wirklich die Spannung wie aus der Steckdose. Wenn ihr das messt, da hinten zum Beispiel, dann kann man erkennen, ob jetzt auf eurem Bildschirm zum Beispiel ein schwarzes Quadrat blinkt oder ein schwarzes Kreis oder sowas. Auf dem Bildschirm wirklich blinkt. Aber mehr kann man nicht erkennen. Während wenn ich wirklich jetzt Zugriff auf die einzelnen Neuronen hätte in meinem Gehirn da hinten, in meinem Sichtfeld, also in meiner Bildverarbeitung sozusagen, dann könnte ich erkennen, okay, auf diesem Bild hier, also im Video von Simplicissimus, ist gerade Kopf zu sehen, auf schwarzem Hintergrund mit einem Gehirn und dann irgendwie so ein farbiger Bobbel obendrauf. Aber von außen würde man sowas niemals erkennen. Deswegen muss man ins Gehirn rein, wenn man wirklich eine detaillierte Auflösung haben möchte. Und deswegen will Elon Musk uns auch Chips implantieren und nicht einfach nur quasi ein Headset bauen. ... sind mit Elektroden ausgestattet, die diese Aktivität im Gehirn messen können. Die Signalqualität soll dabei deutlich besser sein, als bei BMI's, die die Hirnaktivität nur von außen messen. Jetzt kann man zum Beispiel die Hirnregion beobachten, die für die Motorik, also das Bewegen von bestimmten Körperteilen zuständig ist. Mit komplexen... Und das Ding ist, man kann jetzt nicht nur die Gehirnareale beobachten, die für die Motorik zuständig sind. Das könnte man mit Elektroden auch schon so... Man kann so jetzt wirklich genau die Neuronen angucken, die für Hand zuständig sind. Oder die Neuronen, die für Bein zuständig sind. So, wenn ich jetzt da nur eine Elektronik draufklebe, dann kann ich nur sehen, dass gerade das motorische Zentrum aktiv ist. Aber was genau das tut, das kann ich niemals rausfinden. Aber ihr seht hier, also wir haben das ja auch in der digitalen Signalverarbeitung gemacht, diese Zeichen hier, also diese Wellen, die wir hier haben, das sind wirklich einfach nur Wellen. Das ist wie wenn ich jetzt hier gerade Sprache in mein Mikrofon reingebe, okay, oder Bilddaten in die Kamera reingebe. Das sind wirklich einfach nur solche Wellen. Das ist im Endeffekt eine Spannungskurve. Das heißt, wie hoch ist das elektrische Potenzial auf eurer Haut drauf? Also wirklich, wie stark ist die elektrische Spannung? Kann man damit... Also bei einer Kartoffel wissen wir ja, kann man zum Beispiel auch irgendwie ein Gameboy betreiben, haben wir ja schon gesehen. Und diese Spannung, die variiert, je nachdem wie aktiv euer Gehirn an diesem Areal ist. Und dann muss aber wirklich anhand dieser Aktivität, die einfach wirklich nur so eine Kurve ist, muss rausgerechnet werden, was das eigentlich bedeutet. Und das wird mit KI gemacht. Das heißt, ob jetzt da Aktivität drauf ist oder nicht, sagt mir erstmal nicht, ob ich da jetzt was sehe oder nicht, sondern das muss noch von einer KI verarbeitet werden, die diese Daten dann interpretiert und analysiert. Ja, und so eine KI zu trainieren, ihr könnt euch vorstellen, ist nicht ganz einfach, weil wir solche Daten in unserem Gehirn drinnen halt noch nicht so oft haben. Das heißt, man muss natürlich erstmal wirklich so einen Chip im Gehirn haben und dann muss man sehr, sehr häufig üben, Finger, das ist der Zeigefinger, kleiner Finger und so weiter und so fort. Und das muss die KI dann wirklich lernen und dann versteht die, was ich da eigentlich gerade im Gehirn mache. In welchen Algorithmen kann man dann entschlüsseln, welche Hirnaktivität zu welcher Bewegung führt. Wenn man nun einen Computer bedienen will, liest das BMI keine direkten Gedanken aus. Soll es auch erstmal nicht. Vielmehr trainiert man, das BMI durch seine Gehirnaktivität bewusst zu lenken. Das kann Tage, Wochen, manchmal Monate dauern. Aber sobald man es beherrscht, kann man beispielsweise Prothesen bedienen oder eine Drohne fliegen. Andersrum wird es noch viel komplexer, wenn der Computer bestimmte Signale anders... Das mit der Drohne fliegen habe ich übrigens, glaube ich, sogar auch auf dem Hauptkanal gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich es gefilmt habe. Genau, das war relativ schwierig. Das war nicht so detailliert. Aber das mit der Drohne fliegen ist gar nicht so schwer. Im Endeffekt konzentriert man sich einfach nur darauf, wenn man sich konzentriert, dann geht die Drohne nach oben. Ich habe die sogar hier noch irgendwo rumfahren, glaube ich. Wenn man sich konzentriert, geht die Drohne nach oben. Wenn man sich nicht mehr konzentriert, geht die Drohne halt wieder nach unten. Aber nach vorne, nach hinten fliegen, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Da bräuchte man ein bisschen mehr Elektronen, glaube ich auch. Aber es ist ein spannendes Thema eigentlich. Aber ja, so ein Headset aufzuhaben, ist halt ein bisschen unangenehm. Deswegen im Gehirn drin. Tragekomfort ist wahrscheinlich höher. Aber naja, wir reden gleich drüber, ob ich Bock hätte, mir so ein Ding implantieren zu lassen. Was Gehirn senden soll. Einem Mann mit künstlicher Armprothese wurde beispielsweise die Sinneswahrnehmung des Fühlens ins Gehirn projiziert. Wenn man bestimmte Bereiche des Gehirns elektrisch stimuliert, kann man das Zittern von Parkinson-Patienten deutlich einschränken. So, und jetzt nochmal kurz zu dem ins Gehirn projizieren. Wenn ihr Daten ins Gehirn bringen wollt, dann müsst ihr sozusagen wissen, welche Neuronen dafür verantwortlich sind und die dann stimulieren mit genau der richtigen Intensität. Zu starke Stimulation würde quasi zu einem elektrischen Schock im Gehirn führen. Und da sterben natürlich dann Neuronen ab. Also es ist hochgradig gefährlich. Das heißt, das zu erforschen ist auch überhaupt nicht einfach. So, und der große Punkt ist jetzt hierbei, es ist absolut unterschiedlich, ob das jetzt mein Gehirn ist, das da stimuliert wird, oder ob das jemand das anderes Gehirn ist. Das heißt, wenn ich quasi meinen Finger bewege, könnte das vielleicht so 0,1 Milli, was auch immer sein, ja. Also eine sehr, sehr leichte Stimulation, ein sehr, sehr leichter elektrischer Impuls. Während bei jemand anders könnte das vielleicht das Zehnfache sein. Das wissen wir einfach nicht, wie stark das ist. Und wir müssen es quasi ausprobieren. Das ist halt ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, man könnte, wenn man das wirklich knacken würde sozusagen, könnte man halt alles ins Gehirn projizieren. Also ihr könntet wirklich hier sitzen und denken, ihr seid wo völlig anders. Also wirklich glauben, ihr seid wo völlig anders. Und, nee, jetzt muss ich es doch schon vorwegnehmen. Okay, ist egal. Nehmen wir einfach mal an, ihr seid jetzt gerade in diesem Moment, also das hier, was wir hier gerade sehen, ist eine virtuelle Realität, aber euer Gehirn wurde komplett überschrieben mit so einer Technologie zum Beispiel. Und es wurden, es werden alle Eindrücke aus dieser Realität in euer Gehirn gelagert. Ja, das heißt, ihr seid in diesem Moment eigentlich gar nicht echt, sondern ihr denkt nur, dass ihr echt seid. In Wahrheit wird aber euer Gehirn nur von extern stimuliert und ihr seid sozusagen ins Koma gesetzt. Nehmen wir auch an, unser Gehirn ist leistungsfähiger als das, was wir zum Beispiel gerade machen. Das heißt, man kann ein komplettes Leben zum Beispiel in ein paar Sekunden durchleben sozusagen. Das heißt, unsere echten Körper sind eigentlich nicht in dieser Realität, sondern irgendwo anders. Und wir simulieren sozusagen diese ganze Realität nur da rein. Stellt euch nur mal das Ganze so vor. Also das ist wirklich nur ein Gedankenexperiment. Das ist absolut abgefuckt. Dann könnten wir nämlich ein Vielfaches unserer Leben leben sozusagen und dann ständig wieder aufwachen und die Erfahrung, die wir aus diesem Leben gesammelt haben, mitnehmen in das nächste Leben sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt absolut Sci-Fi-Gedöns. Das ist nicht realistisch, okay? Aber es besteht eine Möglichkeit, dass es passiert mit so einer Technologie. Also das muss man sich mal überlegen, was damit alles wirklich machbar wäre. Das würde halt oder das könnte im Endeffekt bedeuten, dass wir alle eigentlich gar nicht echt sind. Das ist im Endeffekt diese Simulationstheorie, die glaube ich Elon Musk auch schon mal geäußert hat, dass wir quasi in der Simulation leben, wobei er es anders formuliert hat. Er meinte, dass wir quasi von extern simuliert werden, während ich meine, es könnte auch einfach alles in unserem Gehirn stattfinden. So, das ist halt... Da kommt man gar nicht mehr drauf klar. Und ob man das möchte oder nicht, das ist jetzt nicht wertend gemeint. Ich finde es nur einen Gedankenwert, was wäre wenn? Also das heißt nicht, dass ich glaube, dass das so ist, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Es heißt nur, dass ich es in Betracht ziehe, dass sowas sein könnte mit so einer Technologie. Und das macht mir schon genug Angst. Dabei... Puh. BMI sind also bereits in der Lage, unsere Wahrnehmung zu beeinflussen. Die Signale sind aber noch sehr grob und ungenau. Neben Elon Musk erforschen auch Facebook und andere Unternehmen Brain-Machine-Interfaces. Sie haben das nötige Geld und die nötige Vision, um hochkarätige Teams aus Neurowissenschaftlern, Ingenieuren und Medizinern zusammenzustellen. Die Forschung wird so deutlich vorangetrieben. Gleichzeitig träumt Musk öffentlich von der Symbiose von Mensch und künstlicher Intelligenz. Er spricht von der Heilung neurologischer Krankheiten und wortloser Kommunikation in weniger als ein paar Jahrzehnten. Wir sind jetzt schon in der Lage, bestimmte Infos aus dem Gehirn abzulesen. Außerdem können wir andere Infos, wie das Fühlen eines Gegenstandes, an das Gehirn senden. Ist es also nur eine Frage der Zeit, bis wir Netflix im Kopf streamen und Alexa mit unseren Gedanken kommandieren können? Neuralinks BMI ist mit ein paar tausend Elektroden ausgestattet. Um die elektrische Aktivität des gesamten Gehirns messen zu können, bräuchte man eher ein paar Milliarden. Dafür ist das Nervengewebe unseres Gehirns aber nicht gemacht. Sagen wir, man könnte es dennoch irgendwann komplett mit Elektroden bespicken und die elektrische Aktivität aufs genaueste messen. Selbst dann wären wir wahrscheinlich immer noch unendlich weit weg von Iron Man, Westworld und Matrix. Denn... Im Übrigen, wenn wir unser Gehirn komplett auslesen könnten und komplett verstanden hätten und diese ganzen Prozesse wirklich simulieren könnten beziehungsweise auch auslesen könnten, dann hätten wir auch die Möglichkeit, unser Gehirn in einen Rechner zu packen sozusagen und dort zu simulieren. Dazu habe ich, glaube ich, schon mal ein Video gemacht. Das würde aber nicht nur bedeuten, dass wir es einmal machen können, sondern wir können das Ganze so oft machen, wie wir wollen. Das heißt, wir könnten unzählige Kopien von uns in den Rechner laden. Ich glaube, dazu habe ich tatsächlich auf dem Vlog-Kanal sogar schon mal ein Video gemacht. Was wäre, wenn wir jetzt nicht nur anfangen, hier unser Gehirn in den Rechner zu laden, sondern dort die Zeit vor- oder zurückzustellen? Also quasi, hey, Gehirn, arbeite mal bitte zwei Jahre für mich. So, mach mal bitte hier neue Videos für mich. Mach du das mal. So, ich chill jetzt. Was wäre, wenn wir das machen würden? Und der Punkt ist natürlich, wir würden unsere Gehirne komplett foltern, aber wenn unser Gehirn für uns arbeitet und so weiter und so fort und irgendwann sagen wir halt, jo gut, jetzt hast du mal ausgedient, ich ersetze dich, ich schalte dich ab. Ja, also wir laden unser Gehirn erst in den Rechner rein und dann irgendwann beschließen wir, wir löschen unser Gehirn aus diesem Rechner. Natürlich haben wir noch unseren Körper und natürlich existieren wir weiter. Aber was ist mit dem Gehirn in diesem Rechner? Ist dieses Gehirn dann, oder, also dieses Bewusstsein, was in diesem Rechner drin ist, ist das ein selbstständiger Klon von mir? Ist das quasi mein 2.0? Ist das auch ein menschliches Wesen, ein Wesen mit Bewusstsein? Muss ich dann eigentlich für dieses Wesen auch ein dauerhaftes Leben irgendwie ermöglichen, dass es nicht sterben kann? Oder zum Beispiel, dass es nach dem Tod für mein Bewusstsein im PC geht es da weiter? Was passiert dann damit? So, das sind alles Fragen, die einen wirklich erschauen lassen. Ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Ich möchte nur, dass ihr so langsam mal drüber nachdenkt, was passiert, wenn wir in diese Richtung gehen. Weil, denkt mal 20 Jahre zurück. Denkt mal ans Jahr 2000. Ich weiß, manche von euch waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren. Wahrscheinlich viele meiner Zuschauer. Aber zu diesem Zeitpunkt war Internet noch nicht allgegenwärtig. Es war relativ rar, um genau zu sein. Die meiste Zeit haben wir PCs genutzt, wenn wir sie genutzt haben, ohne Internet. Es gab keine Smartphones. Es gab auch eigentlich, also ich habe quasi nie ein PC benutzt. Damals war ich, glaube ich, acht. Ja, kommt hin. Und ich habe nicht wirklich ein PC genutzt. Ich habe eigentlich die meiste Zeit woanders verbracht. So, und wie sich seit diesen 20 Jahren jetzt alles verändert hat. Wir sind jetzt dabei, Roboter zu bauen, die, I don't know, meinen Haushalt erledigen können. Überleg doch mal, wie weit wir schon gekommen sind in diesen 20 Jahren. Künstliche Intelligenz, das Konzept von neuronalen Netzen gab es davor schon, also Paper dazu, aber man hatte noch nicht die Kapazitäten, um irgendwas zu trainieren oder gar die Daten, um irgendwas zu trainieren. Das ist einfach so ein, so ein Gedankenexperiment, das kann man jetzt nicht mehr ignorieren. Irgendwann muss man mal drüber nachdenken und deswegen, das wäre, bäh, bäh, Entschuldigung, deswegen werden Philosophen immer wichtiger, weil die über solche ethischen Fragen auch nachdenken müssen und die sind jetzt halt nicht mehr so abstrakt, die sind halt jetzt demnächst mal da. Also ich meine, bei selbstfahrenden Autos haben wir auf dem Hauptkanal schon ein Video dazu gesehen, ist auch nicht so einfach, ob ich jetzt sage, hey, ich fahre die Frau mit dem Kind um oder ich fahre Oma und Opa um, weil dadurch muss meine KI quasi werten, wer ist mehr wert? Und das ist auch eine super schwere ethische Frage und in diesen BMIs werden wir da früher oder später selbst irgendwann reinkommen. Da wird es dann irgendwann passieren, dass wir zum Beispiel irgendeinen Werbesong die ganze Zeit im Kopf in Hinterschleife die ganze Zeit hören oder dass, ja, dass wir sowas zum Beispiel die ganze Zeit in der Schleife hören, damit wir ständig daran erinnert werden, aber dafür kriegen wir zum Beispiel YouTube Premium gratis oder sowas, keine Ahnung. Das sind alles so Zukunftsszenarien, da muss man sich Gedanken drüber machen, weil wenn wir es nicht tun, dann wird es irgendwann uns überrollen, dann wird uns die Technologie überrollen und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und dann wird es Firmen geben, die solche Dauerschleifen einbauen. Hey, ihr könnt unseren Dienst gratis benutzen, wenn ihr die ganze Zeit Werbung hört sozusagen. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen. Okay, weiter geht's. Zwischen uns und der wilden, erträumbaren Zukunft liegt noch ein weiteres, viel größeres Hindernis. Unser Gehirn ist eine Blackbox. Wir haben es bis heute noch nicht wirklich verstanden und sprechen seine Sprache nicht. So sieht es auch Professor Doktor Ali Reza Garabagi, ärztlicher Direktor des Instituts für Neuromodulation und Neurotechnologie der Universitätsklinik Tübingen. Es wäre schon eine große Überraschung, wenn wir zu unseren Lebzeiten das Gehirn komplett verstehen. Es wäre schon eine große Überraschung. Wir wissen nicht, was und wo unser Bewusstsein ist. Wie genau werden Gedanken und Erinnerungen geformt? Welche Rolle spielen... Ich kann nicht beurteilen, ob oder wann wir das jemals rausfinden werden, wie es mit unserem Gehirn ist. Ich sage nur, dass wir eventuell irgendwann mal diese Technologien haben könnten und wir müssen darauf vorbereitet sein. Also es kann sein, dass es noch Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauert. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch bald irgendwie Nanobots, die unser Leben drastisch verlängern. Das heißt, es kann schon noch zu unseren Lebzeiten passieren. Das wissen wir alles nicht. 20 Jahre ist ein wahnsinnig viel in diesem Zeitraum. in so einem digitalen Zeitraum. Und klar, natürlich könnten wir alle morgen tot sein. Das wissen wir nicht. Aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Das meine ich. ... unsere Emotionen dabei. Elektrische Signale sind nur ein entferntes Echo dessen, was sich hier wirklich abspielt. Das Gehirn birgt ein koordiniertes Zusammenspiel von Milliarden von Nervenzellen und unbegreifbar vielen biochemischen Verbindungen zwischen diesen Zellen. Diese Verbindungen ändern sich konstant und sind extrem individuell. Den Code des Gehirns zu knacken, könnte Jahrzehnte, Jahrhunderte oder vielleicht Jahrtausende dauern. Vielleicht klappt es nie, weil unser Bewusstsein und unsere Gedanken eigentlich gar kein Code, sondern etwas ganz anderes sind. Ob das jetzt zehn Jahre oder hundert oder tausend drauf sind. Das ist Prof. Dr. Diernagel. Er ist Abteilungsleiter für experimentelle Neurologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir draufkommen, ist gering, weil wir uns vorher ausgelöscht haben. Aber... Okay, so kann man es auch sehen. Also, ich weiß nur noch nicht wie. Nehmen wir einfach mal an, es wäre möglich. Das Gehirn ähnelt einem Computer doch mehr als gedacht und der Code des Gehirns wurde entschlüsselt. Stellen wir uns also einmal eine Zukunft vor, in der der Großteil der Bevölkerung ein unfassbar leistungsstarkes Implantat im Gehirn hat. Damit können wir zum einen Computer bedienen, zum anderen kann das Implantat unser Gehirn stimulieren und bespielen. Wir können Filme auf unser Hirn laden und vor dem inneren Auge die neueste Staffel Love Island streamen. Übrigens, ich glaube nicht, dass... Also, meine ganzen Sachen hier in diesem Video waren alle wilde Spekulationen. Ich meine, man muss sich mal darüber Gedanken machen. Aber ich glaube übrigens nicht, dass wir uns dann wirklich noch Filme angucken würden, sondern wir würden uns wirklich Simulationen angucken. Das heißt, wir würden quasi innerhalb dieser Welt einen festen Standpunkt haben. Vielleicht nur als Zuschauer sozusagen, dass wir nicht aktiv teilnehmen können, aber vielleicht auch tatsächlich als Teilnehmer, dass wir quasi in diese Person reinversetzt werden, wie in einem Spiel sozusagen. Aber natürlich auch einfach quasi als Person, die da steht. Aber wirklich simuliert in unserem Gehirn drin, als wären wir dort, als würden wir riechen, schmecken, fühlen, was dort alles in dieser Serie passiert. Das könnte tatsächlich so sein. Also, ich glaube nicht, dass wir dann wirklich nur 2D-Bilder vor uns im Auge hätten. Das wäre ein bisschen langweilig. Muss man schon so sagen, oder? Also, ich meine, wenn wir einen Chip im Kopf haben, der uns Sachen simuliert, dann wollen wir nicht nur 2D-Bilder haben, die wir eigentlich auch im Fernseher haben können. Das Gleiche gilt für Videospiele. Man kann komplett in virtuelle Welten eintauchen. Man fliegt über eine Map, spürt den Wind auf seiner Haut, riecht die Abgase der Großstadt unter sich und schmeckt den Regen. Auf die Abgase hätte ich auf jeden Fall Bock. Aber ich hätte auch ehrlich gesagt ordentlich Schiss davor, so ein Spiel zu spielen, in dem man auch sterben kann, weil ich meine, mein Gehirn denkt ja dann wirklich, ich bin tot. Was würde passieren, wenn man in einem Spiel stirbt, was in meinem Gehirn simuliert wird? Wenn ich dann denke, dass ich tot bin, schaltet sich dann mein Gehirn ab. Man weiß es nicht. Ja, mein Gehirn könnte denken, ich bin gerade gestorben, also schalte ich mich ab. So, könnte sich natürlich so haben. Regen, der vom Himmel prasselt. Man interagiert mit Charakteren, die kaum von echten Menschen zu unterscheiden sind. Wir kontrollieren Licht, Musik und die Temperatur unseres Smart Homes mit unseren Gedanken. Man denkt sich, und wir werden einfach alle sehr, sehr fett werden, weil wir uns nicht mehr vom Sofa runter bewegen werden. Ich möchte eine Pizza bestellen und kriege die Bestätigung direkt in den Kopf gesendet. Beim Abendessen unterhält und streitet man sich wortlos mit seiner Familie. In der Schule lernt man nichts mehr auswendig. Informationen kann ja jeder, jederzeit runterladen. Stattdessen trainieren wir Konzentration und Prozesse. Mit geschlossenen Augen scrollt man durch seinen Insta-Feed. Eine Ben & Jerrys Werbung wird angezeigt. Plötzlich spürt man die Wärme der Sonne auf der Haut, kriegt Bock auf Eis und schmeckt A Sea Salted Caramel Unicorn Core Fudge Loving Memories Chocolate Cheesecake auf der Zunge. Braucht ihr wirklich dazu irgendwie was im Gehirn? Ich hab jetzt schon Bock auf Eis. Ah. Es ist völlig, absolut unklar, ob irgendetwas davon jemals möglich sein wird. Trotzdem müssen wir uns schon heute wichtige Fragen stellen. Gerade weil große Unternehmen zurzeit viel Geld in die Hand nehmen und den Fokus auf diese Technologie lenken. Elon Musk macht große Versprechungen, lässt Leute träumen und kurbelt die Fantasie an. Das ist wahrscheinlich PR, auf die wir ganz offensichtlich reingefallen sind. Aber wie viele Menschen hören von Musk, ihre Krankheit könnte in wenigen Jahrzehnten heilbar sein, obwohl führende Neurowissenschaftler ihm vehement widersprechen? Ich kann also aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Leute bei Patienten, die verzweifelt sind, Hoffnungen erzeugen, die notwendig enttäuscht werden müssen. Natürlich hat die Technologie unglaubliches Potenzial. Aber ist das noch visionär oder eher unverantwortlich? Wie kommuniziert man Ziele dieser Größenordnung? Machine Learning ist ein fester Bestandteil von BMIs. Die Computer lernen eigenständig, Hirnsignale besser zu interpretieren, den Roboter... Und gerade wo wir es über Zukunftstechnologien haben, wenn wir schon von solchen BMIs reden und von Machine Learning oder künstlicher Intelligenz, dann müssen wir auch mal wirklich betrachten, was wir alles in der letzten Zeit hingekriegt haben. Wir sind von 2008 ungefähr einer Fehlerrate von 30% oder sowas bei ganz normalen Bildern. 30% Fehlerrate von mir aus. Da sind wir jetzt innerhalb von 12 Jahren bei 99% richtig. Also 1% Fehlerrate. Damit können wir Bilder besser analysieren. Also eine KI ist wirklich in der Lage, Bilder besser zu analysieren wie ein Mensch mit 100% Sehvermögen. Also wenn ich meine Brille aussehe, ist jede KI besser als ich. Das ist keine Kunst, ja. Aber eine KI ist auch mehr oder besser in der Lage dazu, Bilder zu analysieren heutzutage wie ich mit Brille. Die Bilder, die bei selbstfahrenden Autos falsch sind oder falsch klassifiziert werden, sind wirklich zum Beispiel Straßenschilder, auf denen so ein richtig fetter, fetter Busch vorne dran hängt, die man nicht mal lesen kann oder die noch 500 Meter entfernt sind oder die sehr, sehr verschwommen und undeutlich sind oder wo die Sonne perfekt drauf scheint, auf einer Ampel zum Beispiel, wo man die Farbe nicht erkennen kann. Jeder, der Auto fährt oder einen Führerschein hat, der weiß, dass das einem selbst beim Autofahren auch so gehen kann. Das heißt, wir erkennen das auch nicht auf den ersten Blick. Wir erkennen vieles nicht auf den ersten Blick. Und eine KI hat eine höhere Trefferquote als der Mensch. Jetzt schon, ja. Und vor zwölf Jahren waren wir noch sehr, sehr viel besser als eine KI. Also was ich sagen möchte ist, KIs sind rasant. Die entwickeln sich rasant. Ich glaube nicht, dass wir Probleme kriegen werden mit einer KI, die uns alle überwältigen möchte oder die uns auslöschen möchte. Das glaube ich nicht. Weil KIs haben immer genau einen Zweck. Sie wollen eine Art von Datum sozusagen analysieren. Zum Beispiel Bild erkennen. Das ist eine Kamera, das ist ein Bildschirm, das ist ein Bildschirm und das sind noch zwei. Aber egal. Solche Sachen möchte zum Beispiel eine KI erkennen. Sie möchte nicht irgendwie Philosophie betreiben. Dafür sind immer noch Menschen deutlich besser. Aber wenn wir mehrere KIs kombinieren, dann kriegen wir eine relativ komplexe Gesamt-KI hin, die wirklich sehr, sehr viel kann. Und diese KI habt ihr schon auf dem Handy. Wie zum Beispiel eure Spracherkennung auf dem Handy. Da ist eine Spracherkennung dabei. Da ist Erkennung dabei, was ihr eigentlich diesem Ding sagen wollt. Und die werden immer besser und immer besser. Ich meine, wenn ich meinem Handy sage, hey, stell mal einen Wecker auf drei Minuten oder einen Timer auf drei Minuten, dann weiß meine KI, was ich da machen möchte. Und ich habe das gesprochen. Ich habe das nicht irgendwie anders eingegeben. So, die werden immer besser. Und wenn wir wirklich gute Daten haben, dann können wir solche Maschinen auch trainieren. Das heißt, zu prädikten, wie KI in den nächsten paar Jahren aussehen wird, ist absolut schwer. Wir laufen einen enormen rasanten technischen Wachstum durch. Wir können nicht wirklich sagen, was passiert. Und natürlich, das Gehirn ist superschwer zu verstehen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, mit einem Neuralink wäre das Gehirn wahrscheinlich deutlich einfacher zu verstehen, weil wir dann die elektrischen Signale direkt live an Menschen auslesen können. Also sozusagen, ja. Das heißt natürlich nicht, dass ein Neuralink gleich gut ist, ja. Aber wir können dann direkt sagen, hey, offensichtlich hat der Patient gerade den Mund aufgemacht und spricht irgendwas. Er bewegt seine Zunge, er bewegt seinen Mund, er bewegt hier unten noch irgendwas. Und dabei kommen zum Beispiel diese Wörter raus. So, dann kann dieses Neuralink auch trainiert werden. Also das wird ja immer besser. Das heißt, wenn es mal ein Patient hat, dann wird das Ding schon mal besser. Wenn es dann 100 Patienten haben, auch nur eine erste Basic-Variante, wird das Ding nochmal 100 Mal besser. Und irgendwann versteht es wahrscheinlich Gedanken eventuell besser, als wir diese Gedanken verstehen. Es gibt mehrere Probleme in der Informatik. Also zum Beispiel das P ist gleich NP-Problem. Das ist jetzt Sprachtheorie. Theoretische Informatik will ich gar nicht genauer drauf eingehen. Ist unfassbar hart. Könnt ihr teilweise bei mir auf dem Hauptkanal kriegen. Aber im Endeffekt sagt das Ding aus oder im Endeffekt versuchen Informatiker, Mathematiker seit Jahren zu beweisen, ob P gleich NP ist oder ob es ungleich ist. Das ist nicht so einfach zu beweisen. Und was sie aber bewiesen haben ist, es gibt noch keine Beweistechniken, also es gibt keine Möglichkeiten, das zu beweisen, die quasi dieses Problem lösen. So und wenn jetzt KIs ein besseres Verständnis von solchen mathematischen Problemen haben, können die dann auch eventuell solche mathematischen Probleme lösen? Weiß man nicht. Wäre aber durchaus möglich. Und dementsprechend könnte es sein, dass KIs irgendwann besser verstehen, was eigentlich passiert, als wir das tun. Und das ist wie gesagt in manchen Bereichen schon der Fall. Und da muss man sich zwangsläufig damit beschäftigen, was da eigentlich passiert, wenn das der Fall ist, ob wir dann unser ganzes Vertrauen in die KI setzen oder ob wir das irgendwie validieren können und nachvollziehen können, was die KI macht. Es gibt auch ein relativ berühmtes Beispiel von der KI von Google, die Verschlüsselung betreibt. Die ist nicht im Einsatz oder sowas, aber die verschlüsselt oder hat gelernt zu verschlüsseln. Das ist ein generatives Netz gewesen, ein adversarisches Netz, ist egal, nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat die versucht, quasi einfach Nachrichten, Protokolle im Internet zu verschlüsseln. Besser zu verschlüsseln als zum Beispiel RSA. Und was dabei rauskam, war etwas, was niemand außer dieser KI mehr entschlüsseln konnte. Also die KI hat wunderbar verschlüsselt, entschlüsselt und ein Angreifer-KI hat das Ding nicht mehr kaputt gekriegt. Die Verschlüsselung ist quasi unkaputtbar gewesen für die KI. Der Punkt ist aber, es hat niemand verstanden. Es war mathematisch einfach nicht nachvollziehbar, was da wirklich passiert ist und deswegen ist es jetzt heute nicht im Einsatz, weil wir nicht verstehen, ob das Ding wirklich mathematisch sicher ist oder ob die Angreifer-KI auch einfach nicht gut funktioniert hat. So, wir wissen es nicht, also lassen wir es aus dem Einsatz raus. Das heißt, man muss sich da irgendwann damit auseinandersetzen, kann man diesen Technologien vertrauen, wie weit kann man diesen Technologien vertrauen und kann man sie wirklich in den Einsatz nehmen. Und ich glaube, wir sind eigentlich eine relativ aufgeklärte Gesellschaft, was solche Themen angeht, zumindest in der Forschung wirken alle sehr aufgeklärt und an der Uni auch. Und ich denke, wir kriegen das hin, dass wir da relativ verantwortungsvoll mit solchen Themen umgehen. Aber, das ist ein großes Aber, Konzerne sind immer an Umsatz orientiert. Okay, die müssen Gewinn machen in den meisten Fällen, außer sie sind halt irgendwie staatlich finanziert oder sowas. und ja, da muss man dann natürlich Richtlinien irgendwie ausarbeiten, wenn die solche Themen angehen und behandeln. Deswegen sollte man da nicht auch einfach so blindlings vertrauen. Das heißt, was bei Neuralink definitiv nötig wäre, wäre sowas wie eine Kontrollinstanz sozusagen, eine ethische Kontrollinstanz, die das überprüft. Ähm, ja, gucken wir jetzt auch mal weiter hier. ...bearmt dadurch immer und immer präziser zu bewegen. Irgendwann ist dieses Geflecht aus Algorithmen und Datensträngen vielleicht so undurchschaubar, dass wir es nicht mehr verstehen. Was? Funfact, was ihr da gerade gesehen habt, war DNA-Buchstaben. Also G, T, A, C und so weiter, alles DNA. Ähm, oder halt Basenpaare innerhalb der DNA. Fand ich doch cool. Wenn das Brain-Machine-Interface dann einen Fehler macht, wenn ein Mensch mit einer Prothese aufgrund eines fehlinterpretierten Hirnsignals einem anderen die Hand bricht, wer ist verantwortlich? Der Mensch? Die Prothese? Die künstliche Intelligenz? Der Programmierer? Da kann man noch sehr viel weitergehen. Ähm, wer ist generell verantwortlich, wenn irgendwas schief geht? Wenn ich jetzt ein Fahrerassistenzsystem habe in meinem Auto zum Beispiel, das gibt es heutzutage schon. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Auffahrunfall habe mit Todesfolgen, das heißt, ich fahre auf der Autobahn und ich rase in irgendwen rein. Ich bin immer noch selbst derjenige, der das Auto steuert. Okay? Das heißt, ich bin ja eigentlich verantwortlich. Aber, ich habe doch ein Fahrerassistenzsystem, das bremsen sollte, wenn da vorne irgendwas ist, wenn irgendwas gefährliches ist. So, ist denn jetzt mein Fahrerassistenzsystem verantwortlich? Ist der Programmierer von diesem Fahrerassistenzsystem verantwortlich? Was ist mit solchen Themen, weißt du? Das Problem ist, dass wir sehr, sehr viele Technologien haben, auf die wir eigentlich so noch nicht vorbereitet sind und über die sich Philosophen und sehr viele Menschen immer noch streiten und da hat eigentlich aktuell niemand wirklich Ahnung davon, was genau da eigentlich passiert. Beziehungsweise, was passiert schon, aber wie man darauf reagieren soll. Und, ich meine, die Politik, die hinkt ja sogar noch mit Digitalisierung in Schulen und so weiter hinterher, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das ist ein Riesenproblem. Die Digitalisierung kommt und KI kommt. Solche Themen kommen und wir können es nicht stoppen. Wir wollen es auch gar nicht stoppen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer die Chancen sehen. So ein Fahrerassistenzsystem rettet viele, viele Leben. Sagen wir mal, wir retten 1000 Leben in einem Land pro Jahr. Okay? Das sind wirklich viele Leben. Das sind 1000 Leben, die gerettet werden. Sollten wir dann nur wegen dieser Schuldfrage etwa sagen, Fahrerassistenzsysteme sind doof? Sollten wir, glaube ich, nicht. Sollten wir uns damit auseinandersetzen, wie diese Fahrerassistenzsysteme wirklich gut verwendet werden können? Ja, sollten wir. Und so sollten wir eigentlich mit allen Technologien umgehen. Das Problem ist, da muss man halt wirklich fit sein. Und da müsste man dann zum Beispiel in der Regierung wirklich Experten sitzen haben, die sich mit so einem Thema auch auseinandersetzen und die vielleicht dann auch mit Philosophen und Ethikwissenschaftlern wirklich regen Kontakt haben und solche Richtlinien überhaupt mehr aufstellen können. Aber ich glaube, davon sind wir leider noch weiter entfernt als von solchen Technologien tatsächlich. Die Daten, die BMI's erzeugen, sind heute noch keine Erinnerungen oder Gedanken. Die Hirnaktivität wäre für große Technologiekonzerne trotzdem ein weiterer wertvoller Datenpunkt. Versicherer könnten mehr Geld verlangen. Das wäre der Datenpunkt schlechthin. Ich meine, im Endeffekt, womit Datenunternehmen wirklich Geld machen, ist ja Werbung. Also ihr werdet auf diesem Video hier keine Werbung sehen, weil ich auf meine Reactions keine Werbung schalte. Außer es wird von YouTube drauf geschalten, weil ich Copyright und sowas ist YouTube-Sache. Ich schalte auf meine Reactions selbst keine Werbung, okay? Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein anderes Video von mir seht, dann werdet ihr Werbung sehen. Und YouTube wird diese Werbung so gut es geht an eure Bedürfnisse anpassen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade Bedürfnis daran habt, ein Eis zu essen, wo wir es vorhin davon hatten, dann wird euch YouTube Werbung für Eis zeigen, wenn es weiß, dass ihr dieses Eis wollt, weil es natürlich eure Bedürfnisse ansprechen möchte. So, und wenn es natürlich Zugang zu euren Gedanken, Erinnerungen etc. hat und alles wirklich auslesen kann, dann ist natürlich klar, dass YouTube immer die perfekte Werbung für euch hat, die absolut genau richtig in diesem Moment ist. Und dann kann natürlich YouTube den höchstmöglichen Betrag verlangen für Werbeplatzierungen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann auf diese Werbung klickt und das Ganze dann in einer Conversion endet, sprich man kauft dann auch wirklich das Produkt, die ist natürlich extrem hoch, wenn die Werbung wirklich zielgerichtet ist. Während wenn ich jetzt einfach irgendwie eine Werbung für Eis in meiner Zeitung sehe, ist die Wahrscheinlichkeit eher hoch, dass ich gar keinen Bock auf Eis habe. So, und deswegen ist natürlich so ein Datensatz, das Nonplusultra für jede Firma, die damit und mit Werbung Geld verdient. Neuralink ist ein extrem ambitioniertes Projekt. Das Potenzial ist gigantisch. Auch wenn Elon Musk sich mit seinen Träumereien vielleicht etwas zurückhalten sollte. Zwischen dem tatsächlichen Stand der Wissenschaft und den Sci-Fi-Szenarien liegen wahnsinnig viele Hürden, Sackgassen und große gesellschaftliche Fragen. Das sind Fragen, die wir uns schon heute stellen müssen. Wir alle entscheiden, in welche Richtung die Technologie sich entwickeln soll. Die größte Herausforderung bleibt es aber, unser Gehirn mit all seinen Geheimnissen besser zu verstehen. Wie genau entstehen überhaupt Gedanken? Warum haben wir ein Bewusstsein? Und wie kam es zustande? In unserem Video erfahrt ihr, wie sich das menschliche Bewusstsein über Milliarden von Jahren Evolution entwickelt hat und was genau ein Bewusstsein überhaupt ist. Klickt einfach hier auf das Video. Ist das geil gemacht. Oh mein Gott. Sekunde, ich muss da noch kurz zu Ende gucken. Bitte sagt Cheers. Bitte sagt Cheers. Cheers. Geil. Okay, das war cool. Ja, aber genau. Worauf ich noch hinaus wollte. Wo wir gerade von Bewusstsein sind, das ist eigentlich mega das passende Thema. Das greift eigentlich das auf, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir unser Gehirn komplett verstehen, können wir unser Gehirn ja eigentlich auch in den Rechner hochladen. Und wenn wir unser Gehirn in den Rechner hochladen, müssen wir uns die Frage stellen, habe ich da gerade ein neues Wesen erschaffen? Hat dieses Wesen Bewusstsein? Ist eine große Frage, die man so nicht einfach beantworten kann. Und ich wüsste auch nicht, wie man diese Frage vorher beantworten kann, ohne es auszuprobieren. Aber wenn wir auf der anderen Seite ein Bewusstsein erschaffen, dann aber nicht irgendwie geplant haben, dass dieses Bewusstsein zum Beispiel ein ewiges Leben hat. Zum Beispiel, dass es nicht einfach stirbt oder sowas. Das wäre ziemlich grausam. Finde ich zumindest. Also ich meine, klar, wir wissen auch nicht, ob wir ewig leben. Aber ich finde es irgendwie grausam, wenn ich jetzt ein Bewusstsein in meinem Rechner erschaffe und es dann einfach ausschalte. Das fände ich wirklich schlimm. Das würde ich nicht wollen. Und genau solche Fragen müssen wir uns aber auch stellen, bevor wir anfangen, solche Technologien überhaupt zu nutzen. Und naja, solche Fragen kann man sich nur mit Forschung und Ethik auf einmal stellen. Deswegen ist dieses Video hier auch eher ein bisschen Zukunftsgeplänkel, würde ich sagen. Und vielleicht auch mehr ethische Fragestellungen, die aber jeden, also ich meine, ich habe hier so viele Fragen jetzt aufgerissen in diesem Video und Simplicissimus, um kurz gesagt, haben hier auch noch mehr Fragen aufgerissen. Ich glaube, dass ihr euch die gerne mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen könnt. Und ja, schreibt mir eure Meinung zu all den Themen gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen ganzen Themen denkt. Wie gesagt, von mir, ich habe keine Antwort auf solche Fragen. Ich finde nur, dass es wichtige Themen sind und dass sich damit Experten befassen sollten. Und ich bin für sowas definitiv kein Experte. Ich bleibe bei meinem Technik-Gram. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.